Inszeniert Sylvie Mais erntet Kritik für ihren Pizzapost Sylvie Mais, 46, begeistert ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit neuen Bildern und Videos aus ihrem Alltag. Der letzte Instagram-Beitrag der durchtrainierten Beauty scheint jedoch für weniger Begeisterung zu sorgen. Auf dem Schnappschuss posiert sie in einem knappen Sportoutfit auf einer Bank und knabbert an einem kleinen Stück einer ganzen Pizza. Nach einem mörderischen Training mit Pizza auftanken, kommentiert Sylvie. Dass das der Realität entspricht, kauft ein Großteil der Follower der Moderatorin jedoch nicht ab. In der Kommentarspalte bringen die User zum Ausdruck, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Sylvie die Pizza wirklich gegessen hat. Das war eventuell ein Minibus oder nur für die Kamera, glaube ich auch nicht, wären ja viel zu viele Kalorien, ja genau. Immer ist es das erste Stück, was angebissen wird. Einmal fürs Foto und dann schau, haha und oh bitte, wen denkst du? Dabei wirkt die Ex-Frau von Raphael van der Waart, 41, doch bezüglich ihrer Präsentation in den Medien immer recht ehrlich. Erst kürzlich sprach sie im Interview mit Bunte ganz gelassen über Beauty Ops, die sie hinter sich hat, sie steht zu ihren Eingriffen. Ich wollte nicht mehr lügen und nur auf einen gesunden Lifestyle mit Sport und Wasser verweisen. Natürlich zählen diese Dinge dazu, um die beste Version meiner selbst zu sein, erklärte Sylvie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.